Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu LUMO! Im letzten Part, äh, ja, ähm, sind wir in die letzte Ebene gekommen und da muss ich kurz was sagen. Ich habe nämlich gesehen, dass ich was verpasst habe. Entweder war es eine Kassette oder ein Buchstaben. Äh, das tut mir leid, aber es ist eigentlich auch egal, weil wir können eh keine 100% mehr holen. Äh, sollte ich nochmal zurück können? Irgendwie, weil das war nämlich hier auf der Ebene, das war nämlich... mhm, da in diesem Eckraum, in dem linken, glaube ich. Ja, ähm, da war das normalerweise. Moment, nein, in dem war das nicht, das war in dem davor. Uuuuh, oh mein Gott. Uuuuh, ah, oh Gott, ich will jetzt nicht sterben. Bitte nicht. Oh, wann springe ich denn da? Wenn der hinten oder wenn der vorne ist? Pfff. Ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Aber ich habe es geschafft. Alright. So, wo ist denn wir denn jetzt? Ich habe keine Ahnung. Äh, äh. Und was ist da unten? Oh, hier unten kann man, kann man ja einen Buchstaben holen, glaube ich. Oder? Oder auch nicht. ETF. Ich will nur die Münze. Ich, 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 ich will, ich will nur die Münze. Dankeschön. Wow. Ups. Ach so, das geht dann komplett aus. Ach so. Ah nein, falsch nicht. Das Problem ist, bin ich hier schon richtig? Ich weiß es nämlich nicht. Ich habe absolut keine Ahnung, wo ich hin muss. Oh Gott. Easy. Oh nein. Oh nein. Für die Stelle habe ich damals lange gebraucht. Das weiß ich noch. Das ist aber auch eine kranke Stelle, ey. Wie? Wie? Weil ich wenigstens wüsste, wo ich auf der Map wäre. Aber ich bin gerade total überfragt. Okay, nächster. Nächster. Nein, natürlich musste der Letzte mich erwischen. Das kann doch nicht wahr sein. Okay. Okay. Das ging jetzt relativ easy. Oh Gott, ich bin jetzt... ...da oben. Oh Gott. Oh Gott. Es war mir so klar. Es war mir wirklich so klar. Aber... Aber was bringt mir das, da oben rauszukommen? Das frage ich mich gerade. Ey, wenn ich eine Sache in meinem Leben hasse... ...dann sind das diese Dinger. Wie? Wie? Ich muss da hoch. Oh. Oh. Oh nein. Ich glaube, ich muss doch mit dem mitlaufen. Was? Wie? Wie? Ich verstehe das nicht. Oh. Hä? Wie auch immer, der mich jetzt da gerade nicht berührt hat. Ich glaube, ich muss da hoch. Scheiße. Oh nein. Ey, die Dinger kann man aber auch wirklich nicht abschätzen. Oh, 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 schneller. Dankeschön. Natürlich. Natürlich. Ich lockte den genau ab, dass der mir in die Fresse fliegt. Oh, das Schlimm ist. Ich muss den einen Raum nochmal machen, ne? Ne, den nicht. Den meine ich nicht. Ich meine... Hoch. Das habe ich beim ersten Mal mal besser gekonnt hier. So. Ja, genau den meine ich. Aber man muss die eigentlich noch einmal antäuschen und dann direkt vorbei. Okay. Das ist dann doch einfacher als gedacht. So, das Problem jetzt hier. Ich sehe hier einfach auch wirklich nicht, ob ich auf dieser kacken Plattform bin oder nicht. Und das ist richtig scheiße. Weil ich muss das dann immer wieder machen. Okay. Also die Stelle, die kann ich jetzt wirklich. Die ist relativ easy. So, hier, das hier geht ja noch. Da kann man es ja noch erahnen. Aber dann hier. Hier erahnst du nix mehr. Aber ich habe es geschafft, ich habe es geschafft, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Oh. Okay. Okay. Ich muss weiter. Ach. Ach nein. Ach nein. Ach nein. Ach. Einmal so. Hoffentlich. Das war richtig, oder? soll ich das einfach in ruhe lassen ja auch nicht okay dann muss ich damit irgendwas tun ich weiß jetzt nicht was einfach weiter aber das ist in so einen regenbogen gegangen rainbow power hätte ich natürlich wissen können das war relativ beschissen ich glaube ich mache erst mal rot rot war glaube ich relativ easy ob du da jetzt nicht vorbeikommst die muss ich weiter da hoch schieben so rot ist drin grün muss einfach nur geradeaus gehen so wie ich das sehe so jetzt kommt blau ja der ist falsch andere idee die nicht so ganz funktionieren wird vielleicht ja doch ne jetzt nimmt er mir den roten weg das geht nicht nein ich sehe ich verschiebe das ding für den arsch man so blau ja ich denke schon mal dass der so nein ich glaube für so ein milchaugenblick funktioniert das oder ne funktioniert das nicht ah ah okay neuer plan neuer plan Ach da. Nein, der muss... Ich seh aber auch einfach nicht, wo ich den hinschieb, ne? So. Was mach ich denn hier? Ja? Ja? Höh! Jetzt bin ich mega überfragt. Ah! Da war es doch, da war es doch. So, jetzt sind doch rein theoretisch alle drin. Oder ist Rot nicht richtig drin? Kann sein, dass Rot nicht richtig drin ist. Doch, Rot ist richtig drin. Die sind alle drei richtig drin. Hat sich die Tür auch geöffnet? Ja, die hat sich auch geöffnet. Wo bin ich denn jetzt? Ah, hier ist eine Münze. Da ist ein Regenbogen. Regenbogen. Das ist hier. Einfach nur zur Magie auffüllen. Kann ich... Kann ich beim Regenbogen irgendwas mit Magie machen? Nee. Warum ist das Magie auffüllen da? So, die Tür bleibt ja jetzt wenigstens offen. Oh Gott, das sieht auch schon wieder so schiss... Schisser aus. Okay. Okay. I understand. Warum ist da eine Kiste? Ich stehe da zweit rechts. Ich stehe da zweit rechts. Ich seh das schon. Alright. Alright. Oh Gott, liebe mich, aber bitte tötet mich nicht. So, ersten Schalter. Damit geht das Licht aus. Zweiten Schalter. Warum ist da hinten das Licht ausgegangen? Oh, ich glaube, wir haben den ersten Raum gecleared. Ja. Wir haben den ersten Raum gecleared, Leute. Easy. Aber ich frage mich jetzt trotzdem, warum hinten... Obwohl... Näh. Näh. Tut mir leid, Freunde. Es ist mir jetzt egal. Ich will ja nicht nochmal zurückgehen. Lass mir den ersten Raum einfach gecleared. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal hier runter. Mal schauen, was... Mal schauen, was... Mal schauen, was... Ah, da ist. Okay, ich erinnere mich. Alter. Aber jetzt bin ich genau da paradoxisch. die Sprünge sind aber auch schwer weil die Sprünge halt echt nicht weit sind ok hallo ach die musste man einfach alle überleben stimmt das war easy die konnten nix das war knapp nice ach stimmt da kam mir ja nur zum Schlüssel ich habe hier gerade gar nichts jetzt ja ich habe mich alles gut ich bin sogar gelandet wie auch immer aber jetzt muss ich die Sprungpassage natürlich nochmal machen aber ich habe natürlich Jump and Run Skills wollte ich gerade sagen und dann war es zu spät ach nein habe ich nicht jetzt aber dankeschön okay yo what the fuck pff ich war mal schien Hilfe oh ich wusste nicht dass ich schon auf die Vorderung drauf an den Raum kann ich mich gar nicht mehr erinnern war ich hier überhaupt mal kann doch sein dass ich hier vorher nie drin gewesen nein spring doch ab jung ey man kann aber auch hier einfach echt nicht einschätzen abschätzen einschätzen ja das ist alles selber okay wow da geht es nur zu einer Münze ist das euer ernst und natürlich wird man hier wieder respawnt da ging es zu einer Münze zu einer Münze das ist doch nicht euer ernst oh nein das können wir doch nicht antun ja oh oh Dankeschön Spiel okay alles klar so dann gehen wir mal nach rechts ach daran kann ich mich noch erinnern das ging aber ziemlich klar das war nicht schwer das war schwer ging es aber auch nur zu einer Münze also eigentlich müsste ich hier gar nicht hin ich gehe da auch nicht hin tut mir leid aber ich werde da nicht hingehen weil da geht es nur für eine Münze hin das habe ich damals gemacht und ich habe da Jahre dran gesessen weil ich diesen äh das wo wir gerade waren das habe ich nie geschafft hier irgendwann war so nach 10 Jahren hatte ich das dann mal endlich aber da war ich mit meinen Nerven auch schon zu Ende Hilfe okay hier geht es nur im Kreis oh nein da war die Tür da ist er ja oh das war es schon what oh nein jetzt kommt das Pac-Man ja cool so erstmal die Münze holen oh das Pac-Man war super so lauf 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 der ist direkt hinter dir so einen habe ich so jetzt muss ich den noch da hinbringen so der eine ist schon mal tot jetzt leben noch drei der gelbe ist ziemlich nah bei mir wo ist er denn komm mal her jawohl naja wir gehen da schon hin keine Sorge bitteschön der zweite ist auch weg oh oh der pinke der pinke der pinke der pinke und der oh die sind beide bei mir kann mal einer von euch herkommen hallo hallo so hier geht er rein ist doch nur noch der pinke oh oh nein geh weg oh die hat kein Interesse an mir das finde ich doch ganz gut so das letzte müsste jetzt eigentlich hier unten sein oder ja so da müssen wir noch einmal den pinken zurückbringen und dann haben wir das hier auch schon geschafft und dann denke ich werde ich den Part auch beenden komm mal her komm mal hier hin jung was macht der denn das ist Pac-Man die Geister rennt hinter Pac-Man her aber der der hat kein Interesse an mir hat Angst vor mir komm her ja und tschüss who you gonna call aufs Habe Ghostbusters Trophäe wahrscheinlich weil ich das geschafft habe ohne zu sterben weil bei meinem ersten Run habe ich das bin ich tatsächlich einmal gestorben man glaubt es zwar nicht weil das gerade mega easy war aber ich bin tatsächlich mal gestorben ah ich bin auch noch in die richtige gegangen das ist super da kriegen wir sogar noch eine Kaselle nicht dass wir noch 42 finden würden aber damit hätten wir die ersten zwei Räume abgeschlossen das heißt uns fehlen nur noch zwei Räume und dann ist das Spiel durch so traurig es auch klingt es ist leider so aber gut trotzdem haben wir höchstwahrscheinlich noch ein, zwei Parts zusammen und das freut doch ein bisschen Leute dann würde ich sagen wenn es euch gefallen hat würde es mich sehr freuen wenn ihr im nächsten Mal wieder einschalten würdet und ich sage bis dahin Tschüss das ist schon mal wieder in den nächsten dann ist es könnt ihr auch mal wieder in den nächsten und dann können wir wieder auf den Weg